Hallo liebe Menschen, wir leben hier auf Planet Erde. Durch kritisches Denken tun wir die Dummheit gefährden. Die Vielfalt im Denken ist ein Problem und Entscheidungsträger machen es sich bequem. Ich entscheide schnell und auf kurze Sicht. Denn die Folgen betreffen mich ja selber nicht. In dieser Situation hilft nur, ich sage, was ich will und zwar mit Pur. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Jeder Mensch, auch so wie ich es bin, kann die Welt verändern zum Besseren hin. Menschen leben auf Augenhöhe auf unserem Planet. Von Mensch zu Mensch zu reden, ja das geht. Sehe ich die Entscheidungsträger und höre ich sie. Hierarchie, dann sag ich, Hierarchie mochte ich nie. In dieser Situation hilft nur, ich sage, was ich will und zwar mit Pur. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Jeder Mensch, auch so wie ich es bin, kann die Welt verändern zum Besseren hin. Was für alle Menschen gut ist, ist wirklich gut. Jeder Mensch kann mitmachen, hat nur Mut. Menschlichkeit zu leben ist ein lohnendes Ziel. Als Mensch, an Menschen zu denken, hilft schon viel. In dieser Situation hilft nur, ich sage, was ich will und zwar mit Pur. Wo sind all die Indianer hin? Jeder Mensch, auch so wie ich es bin, kann die Welt verändern zum Besseren hin. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Jeder Mensch, auch so wie ich es bin, kann die Welt verändern zum Besseren hin.